Willkommen zurück wir sind hier in der Elfenwelt um das Herzchen hier aufzuladen mit Leben von den Elfen gut sie werden leiden schade war's ich werde es nicht tun spielt mir auch keine Rolle kämpft einfach hier durch auch hier ist das erste die erste Energie die wir abzapfen scheint es hier wohl zu sein dann ja bringt es hin ok wenn wir uns das Verderbnis sauber ist das hier oder ist es nicht der Verderbnis sauber was ist doch das doch ähm Verderbnis sauber wie geht denn der ähm Verderbnis sauber hä hier habe ich folgenden Durchblick nicht aha ok so äh ist der Zauber so lange bis die Gesamtenergie übertragen ist verschwendet kein trocken ok ist der Zauber hier also ich muss nicht einfach meine Energie durchbraten oder was ist der Zauber so lange bis die Gesamtenergie übertragen ist verschwendet keine Tropfen übertragt es jetzt solch ja scheiße habe ich glaube ich Tropfen schon verschwendet was ist denn der Verderbnis sauber ähm ja Verderbnis sauber ach so so geht es also ja habe ich ja vorhin schon gedrückt warum hat es nicht funktioniert das schöne kleine Bällchen es wurde gerade richtig hübsch und glätsgesommer ich hätte es als Turm verwenden und wie eine Königin darauf sitzen können darunter hättest du viel besser ausgesehen wie auch immer Herr ihr müsst das Turmherz zurückholen es ist noch nicht vollständig aufgeladen ja ok dann holen wir es zurück ähm wie will ich das hier schaffen und hier rüber nö die Geschichte schafft es auch nicht ähm ja muss irgendwie ein leichterer Weg geben um hier rüber zu kommen ich glaube hier haben wir noch gefahren auf uns ach ne dort ist es unser kleines Turmherz hoffentlich bevor sie sich darin häuslich einrichten ja hier wird nichts häuslich eingerichtet ja ok ähm wir müssen wir wollen doch nicht dass ein explodierender Wicht an euch machten bleibt was explodieren darf ich halt da sind es psychofiecher ach die ja jetzt haben wir sie schon jetzt haben wir jetzt einlad schon alter die explodieren alle an mir allesamt ja komm schließt solch schließt auf die Tür kann ich denn das Tor schließen um geht das denn die Rommeln mich hier das ist nicht gerade wenig als da als da hört auf hört auf ok ach das müssen wir drauf schieben so jetzt das hat geklappt das hat es funktioniert kurz bevor ich noch abkacke war ok oh hier sind auch mal feuerseelen die nehme ich doch glänengelab mit gut ähm wichter wichter fies wichter wir feiern und geschichte ich möchte nicht dass die Soldaten in die Unterwelt kommen hier sind sowieso schon zu viele Vertreter des Kaiserreichs ja wegen einer Person das erste ist niedlich ja das ist so die gefällt mir ich will die behalten ok ich hab sie auch behalten ähm wo ist was sind denn die mit der Kugel da sollten mir eigentlich jetzt folgen ist dann gleich mit kommen da da kommt mit ähm gehen wir halt gehen wir halt euch nochmal wenn der neuen Auftrag kommt kommt jetzt mit der Kugel mit muss ich euch halt und hier befehlen diese mitzunehmen wenn ihr nicht freiwillig hierher kommen wollt ja kommt mit ja jetzt funktioniert's was wart ihr zwei Schergen denn dort ey alter die furzen hier herum ist ihnen passt oder was das geht nicht das kann ich nicht verantworten komm jetzt alter jetzt bringt die scheiß Kugel endlich hierher jetzt ja jetzt geht's wieder nicht mehr wart scheiß Verderbnis sauber ich setze solche ein ja ja ich bin ja hier ich sehe sie noch einander nord hin platzieren komm stellts hin wo es hin muss ok auf das kristall hier gut jetzt machen wir das jetzt machen wir doch das es sind alle sterben was hier zugehört naja Verlust muss man ja rechnen heutzutage BAM es sind das für Dinger die Salamander die wollen uns kaputt haunieren scheiß verer Salamandachin Alters im Punkt die unsere roten Schergen dann glaube ich reiten können weil ziemlich alles hat jeder hier hat ein Reitvieh und ja das sind die Reitvieh der Roten um Prozent alle noch ab Becker hier auch geht komm her und jetzt müssen ihn Weg finden hier raus okay wenn ihr eine Möglichkeit finden könntet diese Echsen von unserer ähm ähm Denkweise zu überzeugen äh wären sie ausgezeichnete Reittiere wie die Roten ja da Überzeugungskraft bin ich ziemlich gut das Objekt gehört uns wir haben es gefunden und wir lassen nicht zu dass ihr die Schreine und die hübschen Wesen tötet unsere Königin erkennt einfach keine negative Ausstrahlung doch das erkennt sie damals sie auch nicht gebeten der Rest hier ähm macht den auch noch schnell und wer der Rest geht hier hoch ja logischol ich euch runter was denkt ihr denn oh nein erholt uns runter auch wie schlimm ja ich tue euch weh hier mir was falsch hier da ihr ansicht ist komplett falsch alter scheißbomben ja einmal kackt ihr alle noch ab alle meine scherben kann einmal noch ab automatisch gespeichert ja wo hat es einen speicherpunkt hier ist ein speicherpunkt okay ich will mich allmehr allzulange hier machen scheißsäulen da einmal nicht quere nester nester wester bläster ich muss hier mit dem lift hoch ja dann nehmen wir doch den lift da meine scherben dabei der größte teil ist natürlich unten geblieben alle los kommt zerstört das ding macht kaputt fährt weg gut schon fast haben wir schon fast haben wir alles das ist jetzt das dritte glaube ich oder schon das vierte oh schaut nicht gut aus oh alter das ist ein salamanderkönig er kontrolliert sicher die anderen salamander nee die kugel alter verfolgt und tölt den salamanderkönig das spielzeug des königs zu werden hinaus mit euch da ah scheiße macht doch alle zu Matsch wir müssen hier wegkommen ja müssen wir vielleicht könnt ihr einen weg finden um ihn etwas abzukühlen ok ja das könnten wir tun komm hier her komm hier her folge mir komm ja jetzt holt uns schlag dich zu frei du Sau jetzt ist er wieder wo ist er jetzt hin alter komm ich müsste er wiederbeleben ja alter lass dir einfach das Zeug lass einfach die Kameraden sterben schon in Ordnung ähm hierfür müssen wir zum Wasser ähm ja wir müssen die Brücke dort aktivieren dann ja können wir runterlaufen halt da ist nein dieser kleine Mongolienkind warum scheiße gut aber genau hier weil es gerade passiert ist unterbreche ich hier das Spiel und ja sag bis zum nächsten Let's Play der heißt Overlord 2 ich wünsche euch einen schönen Tag und Tschüss war das ich wünsche euch ich wünsche euch euere ich wünsche euch es